Die Wirtschafts- und Finanzkrise Der Mut verfügt über Kompetenz, aber auch Erfahrung und Leidenschaft. All diese Eigenschaften hat Dieter Friese und er hat sie unter Beweis gestellt. Seit 20 Jahren ist er bereits Landrat hier im Lande Brandenburg, die längste Zeit davon im Landkreis Spree-Neiße. Mein Vertrauen hat er. Ihres braucht er jetzt noch. Deshalb meine Bitte, gehen Sie am 10. Januar zur Wahl und geben Sie Ihre Stimme dem Landrat, der sie verdient hat, nämlich Dieter Friese. DIGITAL